Heute nicht im Skatepark, aber heute fahre ich Stunt Scooter und mein Trainer ist kein anderer als Emil. Nur dass ihr einen kleinen Eindruck bekommt, das hier kann Emil. Er ist auch bekannt als Kassels Scooterlegende, der Typ ist einfach wild. Er hat mir heute versucht ein paar Tipps und Tricks zu geben, beziehungsweise die Basics. Aber ich muss zugeben, Scooter fahren ist etwas schwieriger, als man es sich vorstellt. Aber ein paar Tricks waren drin, so ein kleiner Bunnyhop, 180 an der Quarter und so ein No-Foot. Dann habe ich noch ein paar Drops geübt, das habe ich eigentlich ganz gut hinbekommen, nur mein Tail Whip. An dem muss ich noch fallen. Aber es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Im Großen und Ganzen hat es übel Spaß gemacht, auch wenn nicht alles geklappt hat. Dieser Sturz hier hat überraschenderweise nicht wehgetan. Geht's dir gut, Bro? Alles gut? Keine Sorge, mir geht's gut. Wart ihr schon mal Scooter fahren?